Ich wollte dich fragen, Kristal, was außer Sport in deinem Leben hast du versucht und festgestellt, das ist gar nichts für mich? Du hast auch eine Frage, oder? Alter, die hat dich gefragt, sie hat dich gerade so richtig gedisst, einfach nur so. Die so, Chris, du bist fett. Untertitelung des ZDF, 2020